Roman Hartung, alias der Bauer, hat mit dem D-Lit Dymade ein Werkzeug vorgestellt, mit dem sich der Heatsbreeder eines aktuellen Prozessors problemlos entfernen lässt. Der Prozessor wird dafür in die entsprechend markierte Seite eingesetzt, als Orientierungshilfe dienen eingefräste Kürzel und Markierung. Im Deckel befindet sich neben der großen Aussparung für den Heatsbreeder auch noch ein bewegliches Teil, welches von außen mit einem Sechskantschlüssel gelockert und wieder festgezogen werden kann. Damit wird im verschraubten Zustand gleichmäßig Druck auf den Heatsbreeder aufgebaut, bis sich dieser löst. Bei Haswell CPUs passiert dies eher leise, bei Skylake Prozessoren aufgrund eines neuen, sehr harten Klebers mit einem lauten Knall. Aufgrund der festen Verschraubung der beiden massiven Blöcke sind aber sowohl der Prozessor DAI als auch der Heatsbreeder komplett unbeschadet aus der Aktion gekommen. Zum Vorschein kommt die geköpfte CPU, die nun für den Wechsel der Wärmeleitpaste bereit ist.